Naja genau, wir bauen ein paar Sonde in hier Dann bauen wir alles voller Häuser hier Ok, ich bin da drüben jetzt, jetzt kann ich die eine loslassen Bist du drüben? Ja Versuch jetzt auf, wenn wir mal den Fuß hochgehen Diesmal muss ich nicht auf, wenn nicht, dann habe ich Scheiße gebaut wieder Oh mein Gott, der kommt mit einer riesen Armee zu mir hoch Er kann halt bis zu 100 Soldaten mit so einem Ding haben Naja, ich geh wieder rein Naja Ich hau ab wieder Jetzt ist er stehen geblieben wieder Ja, lol Was ist das denn für eine KI Ich glaube, ich muss ihn über Wasser erstmal besiegen Ja, schick mir mal andere Krieg hier hin Schick mir sie mal hier hin Vielleicht können wir mal ein bisschen von hier schießen Weil der da oben auch Kriegschiffe Goal Schick mir auch hier hin Nicht genug Holz leider Das ist das Ja Ja Ich hab' ja Ich hab'ar Mir ist das 10 Um ein nächster an zu können erobern aber jetzt läuft es gerade ja jetzt habe ich einige Säger übergeschickt und jetzt läuft es ich muss noch mal ein bisschen mehr Armee zu bauen ich probiere mich gerade ein bisschen anzuzuwenden 4 ich muss sagen bei mir hat es gerade einigermaßen so ganz gut n bei mir läuft so einigermaßen gut wer ich jetzt um da ein vorbarikadieren ja das gute Idee ich habe 1,1 2 millionen was denn nahrung oh mein gott ich bin spammende armee raus riesen bloß wenn du seine schiffe die ganze zeit zerstörst hat er keine chance mit seiner armee kann er so viele armeen schicken wie er will ich habe es gerade geschafft man sie ich bin gerade mit dem hier mit meinen kollegen beschäftigt der eine menge schiffe aus spammt der mauer hat jede menge ja achten er ist jetzt hier gerade normal für dich und ich bin auch schwer der nervt voll der typ ich finde wir schlagen uns extrem gut dafür dass sie auch schwer spielen das stimmt da hat es sei bei ihr habt ihr nicht kommt jetzt nicht mehr warten die noten wenn ich fragate verhindert euch am feiern ok die 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 Schabote kommen jetzt von denen. Keine Chance bei dem auf die Insel zu kommen. Und bei dir? Na ja, ich versuche erstmal seine ganzen Schiffe kaputt zu machen, jetzt wo ich es habe. Ich will es langsam hinbekommen. Wenn ich die ganzen Schiffe kaputt habe, kann ich langsam in der Invasion starten. So lange. Ja, ich kann jetzt so dann ein bisschen mehr wie 400 Soldaten, ich glaub's. Oh mein Gott, hat der viele. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der hat auch rum. Was? Wie viel, wie viel Kaff hat der? Wie lange. Wie viel, wie viel Kaffee? Wie viel, wie viel Kaffee? Ich weiß, wie viel Kaffee ist. das ist eine krasse seeschlag so wird so ganz normal ein bisschen mit mann meinen jachten versuch mal das ist total krass aber mein gott ich brauche kohle ich kann dir geben recht hast du viel kohle das ist kohle nein das heißt das ist kohle komische scheiß dreck oh mein gott ich weiß warum ich dir keine kohle schicken kann das ist auch keine kohle so viel ich weiß warum ich dir keine kohle schicken kann weil wir auf inseln sind ich bin dann erst mal dann gleich beim wachschen scheiß schiffe müsste schießen jungs oh mein gott oh mein gott habe ich viel auf holz schau mal bei mir oh mein gott ist es auch die reparieren so schnell die schiffe wieder die ganzen helfen so so ich habe jetzt gerade so ungefähr 86 leute auf einer plantage schon viel shit die haben kanone ja alleine mit schiffen schaffe ich es nicht in 27 minuten muss ich überhaupt gehen ja ich auch da sehen wir dass das spiel so lang dauert was soll ich nur sagen wollte ich habe das regiment gewechselt warum dann und ob man dort genutzt okay wieso ja ja wenn die hat ganz Zeit herum krägern witzelten kürbeln wenn ich gerade zu einem anderen gebäck um die märkte im wechseln zum 1 2 oh mein gott ich habe keine kurs ich brauche Eisen und wie ist es beim neuen Regiment wie ist es beim neuen Regiment da habe ich dann mal ausgespringen dort und mich ganz schön angenommen das ist doch gut konnte da die Gleitungen was er noch blau aber mit ich brauche mehr Eisen um also habe ich genug 60.000 60.000 abnach kannst du mehr was für eine Saison mag auch bekommen wir haben jetzt auch gerade knapp 60.000 Gold getauscht und die nach uns tun die Götter kann nicht bau als er in den Weg mittlerweile weil ich mit 1000 Häusern und draußen und er war nicht Ich habe so viele Kriegschäufe. Ich habe so viele Kriegschäufe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich könnte noch so viel an mir machen. Eieieieiei. Wo ist denn der eine noch? Eisen habe ich auch genug. Bei Eisen sage ich Kohle. Ich komme jetzt mit 410 Musketierungen. Scheiße. Mit der Nähe der Kanonen machen meine Schiffe kaputt. Alter ich bin rausgeheben. Vielleicht gibt es eine richtig große Schlacht. Bei mir hier oben. Bei mir kommen 410 Musketiere. Der kommt sofort mit der Armee runter zu mir. Wie soll man da anlegen? Oh mein Gott. Wenn er wieder abbauen. Schön. Kommt mit der Kaka mir hierher. Das Spiel wird glaube ich nie hinten. у Aber es wird nur gerade PR- gott. Wo kann man die Schrausz zu geben? Und es wird die ganzen Winkel hier zu. ich bin mir hier meine ganze schiffe zu verlieren jetzt genug die können mich mal jetzt ja ich habe seine armee zerstört schiffe schiffe jetzt noch schnell in seine welt zu werden ich sollte mal keine ich sollte mal ein paar 18 das gebäude hier bauen so bei mir produziert hat eine schiffe richtig steckt das gold nicht mehr sinkt auch nicht mehr ich würde dem 18 jahrhundert die hochländer empfiehlt sich besonders stark aber die sind so wie blank cloud versen ja mach ich ich muss mal schnell alles upgraden ja ach du scheiße ich habe kein gold ich habe kein gold brauchst du hefe weil ich hab grad 24 vergattet ähm jacht jacht niedrig das brauchst du nee ich habe euch jetzt alles zugemacht tot dass er nicht mit dem schiff noch mal gehen können ich glaube jetzt direkt an aber schau mal was denn schau mal was denn der base ist der lille oh ja oh ja damit und unten auch noch mal also da wünsche ich dir viel spaß er hat die 1 2 und ja 5 und jacke leiter hier unten 25 bombarden 25 bombarden ich glaube ich sollte ein bisschen mehr die upgrades verbessern ich glaube ich sollte ein bisschen mehr die upgrades verbessern ich habe keine enrichen aber ich zeichne ich mir das war ich habe das ist und dann abgeschlachtet um ein ich habe mich zwar hat man gerade gekillt und hat nur ein schiff verloren das ist sehr gut man die kriegschiffe hier ziehen wir müssen ein bisschen platz schaffen jetzt sonst wird das hier nichts wird angegriffen ich finde das blöde bei der k.i. ist sobald den einmal was zerstört wurde die bauen das nicht mal wieder auf die bauern tatsächlich auf hochländer sind grenadierer hochländer die sind halt quasi so wie in age of empire aus die flanke noch mal bei mir was ist da ein soldaten stehen also ich würde das schießen mit seinen kanonen ich würde empfehlen wir greifen zusammen erst mal einen an oder weil dann haben wir mehr soldaten da würde ich auch sagen die laufen schweren lassen sie auch wieder dafür brauche ich erstmal ein paar große schiffen aber keine angst das ging mir schon hin ach du scheiß haben die kriege kriegschiffe ich habe 1,3 4 millionen Arsch die Unterhaltung 700 Zollgarten Reicht das ja warum auch nicht zu reichen 800 umliefern was mir ein bisschen Sorgen macht sind diese ganzen er gut aber diesen Anno-Stadt um welche und so lange die Kaffee zu tun wie viele Kassierer hat um um eine Menge was was er noch mal der Soldaten überhaupt abgeben das muss ich auch aber wir pumpen sich ein Upgrade nach dem Anfang raus kannst du vielleicht noch ein bisschen Kass bauen ja ich mach das ich brauche viel Kaffee es geht Nahrungs-Koll-Probleme gleich da kannst du auch ein paar Musketiere aus dem 18. Jahrhundert bauen ja mach ich auch ich mach alles was geht was brauchst du? also ich hab jetzt 200 Musketiere und die 2. am 18. Jahrhundert ich hab was bei mir grad am Hafen da oben steht ich hab grad am 18. Jahrhundert erhalte hat man welchen zweifel 2000 äh Bewohner oder ja also 2000 Bewohner ja also sollte Bauern und ab einfach 2000 die Völkern die Völkern oh shit oh Oh, 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 oh. Ich habe es mir zu reduzieren, oder? noch mehr noch mehr noch mehr noch mehr noch mehr ein bisschen mehr gold gold als ich bin jetzt dann gleich ungefähr 1000 Soldaten 17 und 18 bis jungen das können wir auch machen oh man, gleich geht's ab das ist ja gerade schon, weil das wäre echt krass wenn man dann die ganze Armee verliert äh, ist das wie am Hafen alles was du hast äh, hoffentlich meine ich, oder? hm? hoffentlich ist das am Hafen, ist das ja am Hafen nicht alles was du hast hm, ne, ich hab viele im Ding drin noch hm wie sagt man boah, jei, 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 können die weit schießen, ne? muss aber auch ach, die können uns schießen, ja weh jei, 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 jei ok, wir können uns zurückziehen also ich hab, ich brauch sechs, ähm, Dings, ähm, Bären, ungefähr, plus minus oh mein Gott ja, plus minus, wir müssen ja, irgendwie überleben hier oh mein Gott ich muss mal stoppen mit den ganzen Soldaten also war das Soldaten sind komplett abgegradet, ich muss da nur noch die Upgrades aus der Akademie machen hast du die Upgrades gleich aus der Akademie? ja, da gibt es auch so eine Abbildung dann füllen wir mal alles auf hier oh, da ist genug an mir schon drin sorry, okay ja, 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 ja… ja, 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 ja laa, ja, 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 ja ich weiß kann nicht, was in der wissen, links sind, aber egal die fackeln ready, bevorai mein Pipiad endured ja dann kommen wir runter mit der name helfel in der da ich muss da schon ein bisschen was machen hoi 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 ich habe ich einiges ich muss noch die upgrades für die pferde machen dass ich mir machen kann ich hab schon einiges erreicht hier dann haben wir das schon mal das wird gleich fanny werden ein erstes schiff kommt zu mir runter ja gut das war es nicht noch mal ich weiß nicht das schlacht wird hier lang dauern ach du scheiße haben die viel damit sogar schon angeschrieben mein profi wenn sie ein bisschen später kommen komm aber lieber schon mal schnell runter dass mir beide fertig machen können ich muss gleich los und es dauert mir schon ein bisschen zu lang ich muss noch ins training muss man nee gut nur zu judo das muss noch machen sonst gibt es ja k und aber wer hat sich jetzt schon wieder 2 300 zu daten gebildet mehr hat nämlich jetzt müssen wir schon aus dem Sinne nach der die Fischung für so noch nicht in meiner Meinung in die Schiffe einpassen können ja schon gleich alle schiebt und m was kann und ich habe sie gesehen, aber soll ich von oben kommen, du von unten, da können wir in quasi ein, dann kommt nicht von oben, du kommst von unten, dann können wir in quasi... Ja. Das können wir machen. Bist du bereit? Äh, ne, da kommen noch 4, 5, 8. Aber ich bin nicht mehr. Alles, alle gefüllt mit 200 bis 300 Soldaten. Das ist perfekt, das will ich. Äh, ja, brauchen wir noch so eins noch. Ne, geht nicht mehr, Gold. Ah, ich habe eine Massenansiedlung an Häusern. Massenansiedlung an Häusern? Ja, sieht man auch mal. Warte mal, ich muss mal hochschauen. Okay. Was ich da... Oh mein Gott. Oh mein Gott, hab ich viele auf Holz. Schau mal, wie sich bei meinem Lagerhäuser alles sammelt. Warte mal. Ja. Ach du Scheiße, es ist... Eieieieieieiei... Oh mein Gott. Wenn ich ein Spiel zum Haft setze, und ein Bild bringen will, keine Ahnung, dann muss ich so warten. Na ja, wenn wir so weiter mal stütze ich noch ab. Wenn man einen guten Deutschlands, dann müsste es schon aushalten. War schon mal am Ende an… Landgehen gleich, ich gehe auch grad an Landschuhen. Weil, wie kommt... Schon bei mir kommt der… Oh mein Gott, ich hab grad auch ein bisschen Angst. ich bin auch um meine soldaten perfekt dann lande ich auch gleich aber ich bin wir sollten noch zusammen ich habe noch eine errungenschaft bekommen weil ich 200 schotten ender ausgebildet oh mein gott da kommt alles da kommt gleich alles zu mir wir sollen hochkommen ich habe kriegsschiffe die schützen dich ich würde ich nicht empfehlen weil schon machte teamschirren nehmen was für teamschirren doch das geht echt ich kann nicht das geht ok weiß ich gar nicht eine seite und alles nicht am Ort jungen zu meinen Soldaten geht es gern wird jetzt schon bis ja ich komme auch schon genau und schon mal was ist bei mir was ich wieder für eine Soldatenmenge habe ja 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 wenn ich morgen noch das stimmt das ist erst morgens machen ach komm jetzt wenn die einladen da rauspacken ist es so eklig nein ich habe einen guten pc noch ich habe fast 1.100 1.200 also kommt und jetzt geht es ab er kommt drückt ich drückte in die Flanke waren als Zeichenangreifen bleuten an eine Knie und kommt muss er gar nicht mehr kennen was auch die Schaden Achtung Achtung drücken ein Soldaten die Schaden machen das stimmt ich kann nicht so schnell die kommen von beiden meine Soldaten kommen von unten und von oben ja, müssen die Schloss schaffen wer jetzt noch sagt der Hellblaue kann oder der Lina der kann das gewinnen der ist ziemlich optimistisch der ist ziemlich optimistisch Tellilai gewinnt das nicht der Herrblaue macht nichts der Lümmel ist in seiner Base drum mit mehr Handkaufen ja, ich finde die Kaffee ist sehr stark die rennt er durch Pass auf, weil wenn die Gebäude hochgehen die könnten deine Soldaten aufbauen und das geht Achtung, oh mein Gott unten Pass auf, pass auf, pass auf hier in der Mitte Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott was denn? da, ah, okay wenn die Gebäude hochgehen, dann kann auch deine dann muss man mal ein bisschen weg man muss mal ein bisschen weg man muss mal zeitig und weil ich mir jetzt ein bisschen zu getrennt und warum kann man seit ich habe sogar der bombarde von den eroberten ja ich versuche auch was zu erobern und ich habe auch noch zwei bombarde und eine kanone ähm ne erlebt noch ab dem fuß ich würde dann nicht mit deinem ganzes soldaten reinrennen ich muss irgendwie sein ich ohne kanone macht es überhaupt keinen spaß gehen wir mit den kriegschiffen mal da hier hin geht gerade alles um ich hole meine Fähre und geh rüber ich glaube das trinken kann ich alleine holen ja da oben viel weniger macht eine soldaten bei der Mülle weg die Mülle geballt meine die Mülle geht über alles nicht schlimm in man muss man muss man muss man muss man muss mit man hat ich schon ich ich bin 1903 kann so gar nicht gehen dann meint ist fertig die Musik um ein Kass und mein Gott geht es bei mir ab schicken die Nummer hoch also ich hätte auch sogar noch Soldaten für einen zweiten Ungriff da oben stimmt das ist eh krass Philomine so deswegen heißt er Kossacks na jetzt hat sich's geklärt ich bin die Kriegsschiffe sind echt geil du kannst ja ein bisschen in die Küste oder so sichern ja hab ich auch ich bin das hier Haschzeitsfleisch stimmt in London ja das stimmt das Video wird lichtig langsam ich muss sie teilen da sieht man das geil ist was man so riesen Armeen machen kann so geil anders wie bei Dings Age of Empires Age of Empires ist mittlerweile auch nicht mein Spiel sag ich mal so warum denn keine Ahnung allein schon wegen den irgendwas lalalala ja ich glaube Dings besiegt schon mal Lila der ist tot das ist tot das ist tot das ist tot